Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach einer kühlen, aber frostfreien Nacht erwartet uns morgen ein überwiegend bewölkter Tag. Das Thermometer klettert bis auf 13 Grad. Am Donnerstag lässt sich bei ähnlichen Temperaturen aber auch die Sonne öfter blicken. Auch der Freitag kommt überwiegend freundlich daher. Es ziehen einige Wolken ins Sendegebiet und die Temperaturen erreichen 15 Grad. Am Samstag gibt es dann auch viel Sonne, nur ein paar harmlose Wolken trüben den Westsachsenhimmel. Die Temperaturen nähern sich dann schon wieder der 20-Grad-Marke.